Hallo, mein Name ist Beate Gatcha. Ich lerne die nordindische Trommel Pakavaj. Mein Lehrer ist Pandit Radisham Sharma aus Delhi. Er ist ein Meistertrommler auf diesem Instrument und er spielt im Stil Natadvara Garana. In diesem kleinen Video möchte ich eine selbstentwickelte Serie von T-Highs vorstellen. Ein T-High ist ein kleines rhythmisches Pattern, was dreimal wiederholt wird oder dreimal gespielt wird. Und der letzte Schlag landet auf dem ersten Schlag des darauf folgenden Rhythmuszyklus. Und ich spiele im Tal-Tschotal, das ist ein zwölfschlägiger Zyklus. Und man kann den Zyklus anhand der Melodieschleife, die dazu läuft, verfolgen. Und ich werde von jedem Beat des Zyklus ein T-High spielen, das auf dem ersten Schlag landet. Viel Vergnügen! Zyklus ein T-High spielen, das auf dem ersten Schlag landet. Zyklus ein T-High spielen, das auf dem ersten Schlag landet. Musik 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 Musik